Ich bin Marie, ich bin 24 Jahre alt. Ich bin Tammo, ich bin 32 Jahre alt. Und wir machen gemeinsam Social Media, hauptsächlich auf TikTok. Genau. Wir arbeiten gemeinsam, wir gehen zum Friseur zusammen, wir machen Sport gemeinsam. Wir sind eigentlich 24-7 zusammen. Wir sind seit drei Jahren zusammen. Sechster, sechster Jahrestag und Monatstag. Ja, gut. Ab dem Tag, wo wir uns getroffen haben, haben wir uns jedes Wochenende gesehen. Da war es vorbei. In der Zukunft ist auf jeden Fall einiges geplant. Und wir wollen natürlich nach Temptation auch irgendwann mal heiraten. Also ich bin ja verlobt. Silvester, da haben wir einen Antrag gemacht. Und früher oder später natürlich eine Familie gründen. Wir machen bei Temptation Island mit, weil wir Bock auf diese Herausforderung haben hier. Also ich war in meinen Beziehungen davor nicht immer treu gewesen. Ich war auf jeden Fall jemand, der auch gerne mal ein bisschen Spaß gehabt hat. Also ich habe Angst, dass ich Bilder zu sehen bekomme, wo ich denke, so kenne ich ihn gar nicht. Was macht er da? Dass ich einfach dann denke, boah, ist das ein anderer Tammo? Von dem habe ich ja schon Angst. Ich komme dich heute hoch. Wir segeln auf mein Wort. Die absoluten No-Gos sind küssen, intim werden, beieinander schlafen. Okay, jetzt bin ich mehr. Intim werden, beieinander schlafen. Ja gut, dass du das merkst. Das haben wir ja schon vorher gesprochen, ne? Also wir wissen gar nicht, wie das ist, wenn jetzt der Partner wirklich feiern geht und ist dann mit Jungs und Frauen unterwegs. Ja, mal gucken, ne?